so hallo und herzlich willkommen zum allerletzten erstellungspart wir erstellen heute mich mein Ziel ist es eigentlich die große liebe zu finden ich bin definitiv chaotisch ich bin definitiv ehrgeizig und und einfach süchtig dieser blick suchen jetzt erst mal unten einen passenden sim für mich raus das könnte sogar schon passen oder fast schon so also könnte das sogar schon hin hauen fangen wir mal direkt an ich habe eigentlich generell immer irgendwie eine Jacke oder sowas an dann gucke ich gerade gucken wir mal ob es eine passende Hose gibt so jetzt noch Schuhe so und jetzt muss man auf jeden fall was an der Körperbaustruktur ändern denn der Bauch muss dicker ich weiß nicht wir gucken noch mal schnell nach den Haaren vielleicht finde ich ja besser guck das passt schon so so dann gucken wir mal hier nach einem ordentlichen passenden Gleit nee rot nicht wenn dann blau so ah nee ich brauche ja auch noch eine kette wie bei Wipke auch oh gott dieses sport outfit leute habt ihr das gesehen oberteil würde ich ja schon fast lassen und die Schuhe muss dann in schwarze das ist mal die Schlafkleidung ich habe auch immer eher ein Shirt an und noch eine Hose dann auch Hasenpüschchen so dann gehen wir mal ins Party Outfit so und dann zu guter Letzt noch das Bade Outfit ach du Scheiße das geht ja gar nicht klar tut mir leid aber das ist wirklich ugly as fuck ich muss mal alle Accessoires und alles entfernen so ich denke das war's ähm ja wir sehen uns dann beim Einzugsblog beziehungsweise wenn die Familie eingezogen ist am Grundstück dann richten wir ein bisschen das Haus ein und ja ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten Mal Tschüss